So, das wisst ihr wieder an, Herr. Oh, ist das schön warm. Ich trage zu viel. Yeah, Brücke gefunden. Vielleicht sollten wir erst noch mal in die Sri Rokko-Höhle. Tschüss, Felswurm. Hatte sein echt schönes Leben. Oh, lecker Häschen. Hey, man isst keine Hasen. Ich habe noch nie Hasen gegessen. Schmeckt lecker. Hey, man isst keine Hasen. Ich habe noch nie Hasen gegessen. Ich glaube, ich muss mal Hasen essen. Schmeckt wirklich lecker. Glaube ich. Ich habe schon einige so ein Fleisch gegessen. Alter, guck mal, der hat nur als Einziger das Ding in meinem Kopf, ne? Ja, dann merkt man immer, dass es so weit wird. Ach, Champion. Dong. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist mal Müll wegschmeißen. Oh, mein Tasch ist voll. Meiner war auch gerade voll, aber das ist hauptsächlich Müll. Ich habe eh nicht genug Geld, deshalb muss ich alles nehmen und anzukaufen. 300. 300.000 habe ich. Ja, ja, du und deine Geschäfte. Ja. Ich muss sowieso, ja, zwei Stunden müsste ich rausgehen, um mir wieder Geld abzuholen. Das Geld, was ich denke, oder das Geld, was ich auch holen könnte. Wie, wo, was, hä? Naja, aus dem Auktionshaus halt. Genau. Ja, ich meinte nämlich das andere, was, dass er das vielleicht macht. Äh, nein, das wird anders übermittelt. Dafür muss, es kommt dann einer mit einem Kratzer in dem. Muss, ich weiß, ich weiß wie, ich weiß wie. Ah, leck mich, du scheiß Wistvie. Ich wollte schon sagen, nee, lass mal. Hast du echt Probleme mit dem ollen Wurm, du? Der verpisst sich die ganze Zeit, also. Oh, schon wieder Champions, was ist denn heute los hier? Nette Party. Ist doch schön, auch Blocker nur. Yeah, da bin ich echt. Dong, geht's. Ja, danke schön. Das hast du, wenn das vor der Tür knackt, obwohl gar keiner zu Hause ist. Schrumpfkopf. Ich bin ein Schrumpfkopf. Was? Du willst keinen Schrumpfkopf? Ich hab einen von dir eben bekommen. Einen Schrumpfkopf? Ja. Kannst du mir mehr wiedergeben? Nee. War der jetzt für Zauberen oder nicht? Ja, der war für Zauberen. Ja, das kann aber dann kein Schrumpfkopf gewesen sein. Sieht aber so aus wie einer so am Arsch. Habt ihr eine Kugel gegeben? Jens, wir haben eben eine Zweige von. Nein, da ist auch ein Kopf dabei. Entschläfst du? Nein. Nein. Boss. Ich muss etwas ablegen. Ist ja gut. Ich lege ja schon alles ab, was ich hab. Meine Last ist zu groß. Meine Last ist zu. Hallo, ich hab doch gerade hier die Scheiße weggeschmissen. So, danke schön. Ich geh mir nicht auf den Sack. Zurückfahren. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Soll ich das jetzt auseinandernehmen oder nicht? Ja, bringt doch sowieso nichts. Aber die Sachen brauchen wir überhaupt keine Gold. Wenn du 100 Stück hast, kriegst du mehr, als wenn du dir einzelne Dinger verkaufst. Hm, nein. Doch. 100 Stück bringen 1400 ein. Ja. Ey, darum ging's mir nicht, ja? Ey, jedes Item bringt durchschnittlich so 80 Gold. Achso, 8000 Gold. Wer hättet's? Statt 1000. Also. Er plündert wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr tot seid. Nichts Persönliches. Achso, er plündert also einfach die Sachen wieder von unserer Leiche. Freundlich. Ja, ne? So, was verkauft er hier denn so Schönes? Kram gedöhnt. Und davon ganz viel. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Ne. Sie hatten sie ruhig gebraucht. Ich seh zumindest keins, also da bin ich richtig froh drüber. Ich will hier raus. Ich hab Angst in Höhlen. Nicht. Wollen wir jetzt. Nens, kommst du mit? Im Übrigen muss ich mein Oberteil noch färben. Oh mein Gott, es ist orange. Geißer aus. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Achso. Vor 150 Jahren oder dann? Ne, 1500 Jahre. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit... Kram. Voran. Hallo. Das ist wieder blau. Sieht viel besser aus. Auf mich immer abzuschießen. Junge. Macht Spaß. Es macht Spaß. Ja, ist gut. Danke. Weiter. Feisterpunkt. Nicht genug Geisteskraft. Ne Kiste. Erstmal alle blinden und zusammenziehen. Könnt ihr besser reinratzen. Ring des Gemetzels. Wie weitläufig diese Maps immer sind. Ja, Kiste. Auf uns Rottetau. Ach, Schrott nur. Hm. Ist doch normal. Ich habe auf jeden Fall eine coole neue Attacke bekommen. Ach ja, apropos Attacken. Gleichmut. Nein, nicht ins... Nicht ins... Juhu. Genau, tötet sie. Tötet sie. Ne. Ach, zu schade. Ja, die Dinger sind da eingehaut. Aua. Nice one for sale. Wenn halt rein. Macht nix. Wärst du gestorben, wärs noch cooler gewesen. Ja, 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 ja. No Bonnie, jetzt hast du recht. Du gibst mir mein Recht. Unpassbar, geht's dir gut? Oh, die neue Attacke ist ganz nett. Okay, dann mache ich euch das. Was genau bringt dieses Megaschild? Das ist alles, was da drin ist, verlangsamt wird. Ich kann mich aber ungehindert gut bewegen da drin. Haben wir doch auch schon mal gehört, Marcel. Ach ja? Mhm. Kann ich mich nicht dran erinnern, ist schon so lange her. Total. Ja, okay, vielleicht zwölf Stunden. Ungefähr. Oh, das ist wohl in der richtigen Vatikade. Ja, wir müssen ihn erst mit einem Außenposten finden. Ich weiß, wo er ist. Hm, das ist in der Höhle. Und Jess. Einfach in die Höhle, du sicher. Das ist nur ein Lager, das ist keine Höhle. Ich will nicht sterben. Oh doch, das willst du. Oha. Oha. Jetzt kommt er aber hier, ne? So. Tot. Scheiß Mutanten immer. Hm. Oh, immer diese Parversen. Decken sich Holzpfeiler in den Rücken und dann werden sie zu komischen fliegenden Dingern. Ja, ja. Komische fliegenden Dingern, ja, ja. Hier scheint der Außenposten zu sein. Ja. Da musst du aber die ganze Zeit gerade auslaufen. Hm, hm. Jung. Jung. Das sieht so geil aus. Blinden zusammenziehen, wecklatschen. Guck mal, wie langsam. Ein bisschen wenig Blut dafür, dass wir die zu zermesseln. Zermesseln. Ja, und da drin ist eine Kiste oder sowas. Oh nein, oh mein Gott. Okay, ich mach das. Der Zahn der Zeit, was? Kann ich mal aufhören, Aufseher zu sein? Finde ich voll hier in Ordnung. Meine Güte. Cool, ich hab einen Erfolg gekriegt, obwohl ich es gar nicht wollte. Als würden diese Fliegen nicht schon alleine ausreichen. Nein, es muss ein Boss mit Horde sein. Am besten ist immer, wenn du da reinrennst. Ja, mörsade. Verlangsam. Bastarde. Ich zieh sie alle rein. Sie waren doch schon verlangsamt, meine Güte. Ja, ich hab sie doch noch alle in die Verlangsamung reingezogen. Also in dein Schild da reingezogen. Waren da überhaupt noch welche draußen außerhalb? Guck mal, der ist eingefroren, weil der mich angefasst hat. Böse. Juh. Nicht böse, net so. Halt die Fresse. Langsam nervst du, weißt du das. Du nähst mich schon, seit du wieder da bist. Das können wir ändern, ich kann doch gerne wieder rausgehen. Nö. Das ist kein Problem. Oh nein. Warum immer so viel nervig. So, weg hier. Weg hier, weg hier. Wih. Schön. So. Noch mehr fliegen. Juhu. Ich glaub, ich hab's gefunden. Glaubst du es? Ach, Bunny, hau die doch nicht alle wieder auseinander. Habe ich nicht. So schön zusammengezogen. Oh, doch. Die sind ja alle gestorben auf die Stelle. Guck doch selbst, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mag den Typ, ne. Die Kontrolle, ihr habt den Schlüssel zum Tor. Was? Magda schon wieder mal. Gott hässlich. Und mich vor dem Verlust zu verraten. Hm. Nein. Er würde mich niemals verraten. Er schlacht sie. Jung. Belial ist der Herr der Lügen, Magda. Aber die Wahrheit ist, ihr wart in der Minute tot, in der ihr Cain ermordet habt. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück. Jao.